Hast du dich schon mal gefragt, warum Kinder Wörter immer anders schreiben? Kinder mit Legasthenie oder Leserechtschreibschwäche schaffen es oft nicht, ein Wortbild zu reproduzieren. Und sie sind da ganz, ja ich sage immer, ganz kreative Schreibkreatöre, weil sie ganz, ganz viele Ideen haben, wie man ein Wort schreiben kann. Darunter sind dann auch oft die Richtigen und dann sagen wir manchmal auch vielleicht, Mensch, du konzentrier dich doch mal, du hast es doch schon mal richtig geschrieben. Auf dem Weg zum Richtigschreiber gibt es aber ganz schön viele Stolperstellen, die wir, die wir richtig gut schreiben können, gar nicht kennen. Und darum geht es in meinem E-Book Legasthenie einfach schreiben lernen. In diesem E-Book habe ich einfach mal Schritt für Schritt erklärt, was passiert denn eigentlich beim Schreiben lernen? Welche Teilschritte sind da involviert? Und was können wir tun, um es den Kindern leichter zu machen und herauszufinden, wo die Kinder eigentlich beim Schreiben lernen gerade stehen? Und so ausgleichen. прибiał auch bei uns, Beef Legasen. Schrei. Vielen Dank.